Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen? Sie wollen Geld wie Heu? Dann sind Lizenzen genau Ihr Thema. Sie haben einen begehrten Text geschrieben, ein hitverdächtiges Musikstück oder haben Sie eine geniale Produktidee, die Sie duplizieren wollen? Dann sollten Sie ernsthaft über Lizenzen nachdenken und darüber, wie viel Geld Sie ihnen in die Kasse bringen. Oder wollen Sie mit einem 1A-Produkt durchsteuern, haben aber selber keine schöpferischen Fähigkeiten? Dann erwerben Sie doch eine Lizenz und verdienen Sie spiel-leicht-viel-geld ohne eigene geistige Investition. Dieser Ratgeber beleuchtet beide Seiten und alle Aspekte, die Sie beachten sollen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher. Gehen Sie sich zurück.